Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch, schön, dass ihr da seid, vielen Dank fürs Einschalten, wir sind hier mit unserer Franchise und zwar in Woche 10 schon, wir gehen in 7 Meilen Schritten auf die zweite Postseason zu, wenn wir es denn da reinschaffen, momentan sehen wir ganz gut aus mit einem 5-3-Record, ist an sich so okay, aber unsere Division schwächelt ein bisschen, wir haben 2-4-5 Teams, gegen die wir glaube ich beide auch schon gewonnen haben, vor den Niners ja letzte Woche und Cardinals sind 3-6. Wir spielen heute gegen die 6-3 Packers und wenn ihr mal unten in die Mitte hinguckt, seht ihr, offensiv sind die Nummer 3, defensiv Nummer 9, sehr gut in Sacks gerade, Takeaways so lala, Red Zone Defense auch ganz gut, wir sind mit Abstand die schlechteste Red Zone Defense, aber Moment mal, wie können wir denn beide Nummer 12 sein, wenn die 76% haben und nicht 32%, das geht ja gar nicht. Bin ich dumm? Also entweder ich bin dumm oder Madden ist dumm, einer von uns beiden ist dumm auf jeden Fall, offensiv, Passing Touchdowns eher so lala, Rushing Touchdowns dafür sehr gut, also Red Zone gehen wir in eine Rush Defense, auch wenn das vermutlich keinen Einfluss drauf hat, wie Madden spielen wird. Giveaways haben die 9 und wir 10, wir haben die meisten Giveaways bisher, uff, Third Down Percentage sind wir deutlich, deutlich besser als die, also eventuell schaffen wir es, die in weite Third Downs zu bringen. Vielleicht sind die Stack anfällig, wer weiß. Wir gucken uns erstmal die Weekly Awards an, weil wir da anscheinend wen drin haben und das ist Tariq One mit seinen 3 Interceptions natürlich, freut mich auf jeden Fall für ihn, der sollte ja theoretisch schon viel höher sein vom Rating, wir negotiaten später. Wir machen jetzt erstmal, wir können glaube ich in den Staff reingehen, weil ich dieses Final Puzzle Piece letzte Woche schon gemacht habe, habe ich euch nicht gezeigt, aber ich habe es gemacht. Das heißt, wir können nur überlegen, was wir jetzt mit diesen ganzen 17ern machen, aber ich glaube, Linebacker Cornerbacks, Cornerbacks Training, das ist wichtig, dass die mehr XP kriegen, das ist also das nächste, was wir machen, warten wir also bis wir 20 haben. Ich habe ein bisschen was umgestellt, Q Blue Kelly müsste jetzt eigentlich der Slot Corner sein, also unser Nickel und obwohl ich weiß gar nicht, ob er reinkommt, ist auch egal, werden wir sehen und Clark Phillips ist jetzt unser Cornerback 2, Tariq One 1, Sidney Jones ist erstmal auf der Bank, dem klauen wir jetzt ein paar Snaps. Gegen Aaron Rodgers, wir verteidigen den Short Pass heute und wir greifen, greifen wir deep an sogar? Scheint deep eine Schwäche zu haben auf jeden Fall, wisst ihr was, greifen wir an und dann gucken wir, ob wir hier noch ein paar Punkte kriegen für irgendwen, hoffentlich verletzt sich keiner im Training. Mir wurde übrigens gesagt, dass Trainingsinjuries anscheinend sehr random sind und nichts mit den Slidern zu tun haben, sollten aber natürlich was damit zu tun haben, dass ich Halfpads bin, dadurch sollte ich eigentlich weniger Fatigue kriegen, also weniger Erschöpfung, jawohl, und auch weniger Verletzung. Keiner verletzt, gucken wir mal, wen wir upgraden können. Heute müsste jetzt erstmal das letzte Spiel sein ohne Eric McCoy, der müsste nächste Woche wiederkommen, das heißt, wir haben heute vermutlich noch so ein bisschen eine wackelige O-Lane, auch wenn die letzte Woche ja ganz gut funktioniert hat und das Ganze sogar mit einem Backup Running Back und heute kriegen wir Kenneth Walker wieder. Wenn mich nicht alles täuscht, heißt, sollte alles ein kleines bisschen nach oben gehen, dem upgraden wir mal einfach auf dem, wo er am besten ist, dann sieht das vielleicht in Free Agency besser aus, denn ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass der noch lange Teil unseres Teams sein wird. Gabe Jackson vermutlich auch nicht, ähm, 42.000 XP, uff, wie alt ist denn der jetzt bei uns hier? 34, 33? 32, ja, ist okay. Ey, mit ein bisschen Glück macht der noch eine Saison, wer weiß, aber dann würde er vermutlich sehr regressen, also das wäre für uns vermutlich auch nicht so geil. Und dann würde ich sagen, gehen wir schon direkt rein ins Spiel, mal gucken, was wir heute so liefern können, ob wir vielleicht wieder ein bisschen mehr passen, Alter, wir sind ja andauernd Primetime. Das ist ja verrückt. Wir receiven sogar heute auch und haben wir, was ist unser Color Rush? Komplett grün. Gegen Packers? Ne, wir könnten Home Elton, ja, was sind denn die Throwbacks, sind die geil? Home Option, Away Option, Classic Home, ne, die sind nicht geil. Spielen wir mal Home Option, Home Option und gucken, ob die Packers eine Away Option haben. Ähm, äh, sieht nicht so aus. Nope, Packers sind langweilig. Ähm, ähm, current Away, let's go. Alright, ready. Kopfhörer gehen rein, damit ich die Kommentatoren hören kann. Ich glaube übrigens, ich finde die Kommentatoren besser als die letzten Jahre, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Wir skippen den ganzen Kladderlatsch hier, weil wir das alles schon kennen. Und dann kicken wir off, also haben wir den Ball nicht gekriegt als erstes, also haben die Packers offensichtlich gewonnen und wollten den Ball auch haben. Merkwürdig, normalerweise wollen die meisten Teams ja immer kicken. Crossbar. Obwohl, um fair zu sein, wir in unserer Saison immer, wenn wir gewonnen haben, also bei Adler 2, wir haben immer den Ball genommen. Weil wir in unsere Offense vertraut haben. Ähm, 17-7. Ähm. Hat man schon Besseres gesehen. Sieben Picks nach acht Spielen. I don't know. Oder neun hatten die vielleicht sogar schon. Wir hatten ja unsere Bei-Week schon. So, 12-Personnel. Wir, wen haben die? Wir gehen mal in Mann, gucken mal, wen Dingsbums hat. Ibu Newe hat den Running Back. Das ist doch genau, wie ich das haben wollte. Nice. Oh, shit. Oh, ich bin schon... Ich bin schon wieder mit einem komplett falschen Spieler gesprungen. Dadurch war der nicht im Play drin. Aber wir dürfen uns nicht direkt von Anfang an aufregen, weil da spielt man schlecht. Und in manchen Spielen hat man einfach nicht die Möglichkeit, schlecht zu spielen, weil man sich sonst das komplette Spiel kaputt macht. So. Also. Der erste... Das erste Tackle hat nicht gesessen. Dann dachte ich, ich kriege den Linebacker und kann nach oben tacklen. Bin dann mit Quandary Diggs halt einfach irgendwo hingesprungen. Nicht optimal. Ich hasse die Animation übrigens. Die laufen so nebeneinander her und auf einmal macht er irgendwie so und der Spieler fliegt weg, als wäre da sonst was explodiert. Ach, Mann. Schon wieder ein Spiel, einfach mal schön von hinten anfangen. So ist es quasi so, als hätten wir den Ball gekriegt, aber würden mit minus sieben Punkten starten und würden den Ball nach der Halbzeit... Äh, ah doch, wir kriegen den Ball nach der Halbzeit. Wenigstens was. So. Nochmal kurz überlegen. Wenn er crasht, gebe ich. Er crasht nicht. Ich behalte. Und ich renne mit R1. Ja, ich glaub bei diesem... Ich glaub, diese Midreads werde ich nicht mehr viel spielen. Diesem Powerread. Weil Quarterback Power gibt uns keine Yards. Wir haben kein Double Team. Alter! Moment mal. Walker ist wieder fit, ne? Das war ja nicht mal ne Frage, ob ich ihn spielen lasse oder nicht. Das hat sich grad so langsam angefühlt. Aber erstmal gucken. Vielleicht war das jetzt nur, weil ich länger nicht Madden gespielt hab oder so, aber... Irgendwas ist richtig komisch. Es ist der Release von... Moment mal kurz. Irgendwas hat sich da auch gerade wieder super langsam angefühlt. Alter! Was ist das denn? Gab's ein Update? Was ist denn... Was ist denn das für ne Throwing Motion? Ey, ich sag euch ehrlich. Wenn er für jeden Wurf so lange braucht wie für den gerade, wird das nichts heute. Mal gucken. Alter, was ist denn das? Muss er ein Update gegeben haben? Oder bin ich am Trippen? Das ist doch nicht normal. Also ihr merkt ja auch nicht, wann ich drücke, aber das ist so langsam. Verrückt. Sehr, sehr, sehr verrückt, was hier gerade passiert. Okay, wisst ihr was? Wir probieren mal was. Ich suche mal mein Play. Dann gucken wir mal, ob wir die mit Play-Action kriegen. Vielleicht ist das ein Eskerisch-Touchdown. Ne, ist das schon mal nicht, aber... Alter! Ey, irgendwas, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt wirklich mit dem Spiel nicht. Also der Wurf war inakkurat. Okay, das passiert. Aber... Die Motion... Also nicht mal unbedingt der Moment, nachdem ich drücke. Also das ist auch deutlich länger. Aber einfach der Moment, nachdem er anfängt zu werfen. Er hat sich seine... Ich bin so fucking verwirrt. Ich hab nichts... Also erstmal, was macht er da hinten? Er settet einfach... Zehn Jarts hinter dem Quarterback. Das ist schon mal praktisch. Ehrlich, ist ja alles kaputt. Und ich schwöre euch, ich hab nichts an irgendeiner Motion oder so verstellt. Was ist das denn? Das sieht aus, als ob jemand noch nie irgendwie Quarterback gespielt hat. Oder noch nie einen Ball geworfen hätte. The fuck? Ey, ich bin... Ich bin mega am Verzweifeln gerade. Ey, sprachlos, wirklich. Ich nehme an, das ist ein bekanntes Problem vielleicht. Und äh... Viele von euch haben das jetzt schon mitgekriegt, die letzten Tage. Aber das ist ja wirklich... Das ist ja fatal. Aber ich weiß auch nicht, wenn es ein persönliches Problem ist von mir. Dann hoffe ich, dass man das wenigstens sieht. Und dass es nicht alles normal aussieht. Vielleicht ist es auch nur eine Sache, die man erst merkt, wenn man selber passt, wenn man selber die Tasten drückt oder so. Aber das sieht ja wohl nicht nochmal... Das kann nicht die ganze Saison schon so ausgesehen haben. Super verwirrt. Dass der Ball gerade der letzte inakkurat war, ist natürlich auch nervig, weil der Receiver offen war. Aber... Ich bin einfach zu sehr... Oh ja. Ach, schade. Ich bin einfach zu sehr fucking verwirrt von dieser Wurfmotion. Ich glaube, ich muss gleich nochmal rushen, weil da meinte ich ja auch schon, das fühlt sich komisch an. Nein. Ey, jetzt mal ganz ehrlich, was ist los? Was ist denn hier los? Ich habe nirgendwo dran irgendwas geändert. Ich bin so fucking verwirrt, das ist unglaublich. Und warum verwirft der auch den Wurf zum Beispiel gerade? Hat sich hier... Da hat sich ja auch nichts an den Werten geändert oder so, oder? Dass der auf einmal super schlechte Werte hat? Ey. What the fuck? Der sah jetzt wieder normaler aus, muss ich sagen. Hat der beide Füße drin? Ja, nein. Warte, ey. Es tut mir wirklich total leid, dass ich hier gerade einfach die ganze Zeit nur Unsinn rede. Und ich hoffe ernsthaft, dass man das mitkriegt im... Hä? Ja, okay, es sieht auch nicht schön aus, aber das sieht normaler aus. Vor allem das ist der weiteste Wurf, den wir heute genommen haben. Und bei den ganzen anderen Würfen schmeißt er seinen ganzen Körper reingeführt und das macht er jetzt so aus dem Handgelenk. Was ist los? Ich bin so verwirrt. Okay, jetzt gucken wir mal. Gucken wir mal, ob das Running Game sich jetzt normal anfühlt. Ich hatte erst einen Rush und der war irgendwie merkwürdig. Gucken wir mal, was jetzt ist. Ne, der ist normal. Das ist normal alles. Ich bin so verwirrt. Hoffentlich war das jetzt nur irgendwie ein Bug oder so und das bleibt jetzt nicht das restliche Spiel über so. Beziehungsweise hoffentlich bleibt es jetzt so, wie es gerade bei dem Metcalf-Wurf war, weil der kam auch schnell raus und alles. Denn das Problem ist ja, es ist ja schon definitiv eine Timing-Sache, ne? Also als echter Quarterback erst recht, aber hier auch in Madden. Und deswegen, wenn der Ball immer erst eine halbe Sekunde, überhaupt erst, also wenn er beginnt zu werfen, eine halbe Sekunde, nachdem ich gedrückt habe, das wäre schon ein bisschen doof. Okay, wir haben keinen Reach-Spieler. Keinen Reach-Spieler. Oh man, das Jungs, das wird so ein Spiel. Das wird so ein Spiel heute. Das wird so ein Spiel. Wisst ihr was, mir ist so ein Spiel tatsächlich lieber als das, was uns letztens gegen die Buccaneers passiert ist. Das hat mich ernsthaft gebrochen. Obwohl, das ist mir nicht lieber, weil jetzt haben wir diesen Momentum-Scheiß und ich hasse das. Ich habe schon was gegen das Momentum, aber das stört mich alles zusammengerechnet. Nicht halb so sehr, wie dass dieser Screen die ganze Zeit wackelt und dass man das nicht ausstellen kann. Vor allem, irgendjemand, ganz am Anfang von Madden 23, hat mir auch geschrieben, ob ich das ausstellen kann, weil er sonst die Videos nicht gucken kann, weil er irgendwie, ich weiß nicht, motion sick wird oder was auch immer. Also weil er das einfach quasi medizinisch nicht kann, dieses Wackelige sich anzugucken. Und das ist halt echt dämlich, dass man das dann nicht ausstellen kann. Es sei denn, man kann es ausstellen und ich bin nur zu blöd dafür, das könnte natürlich auch sein. Wenn ja, lass mich wissen. Oh Gott. Charles Cross, Alter, wir haben dich gerade geupdatet. Geupgradet, nicht geupdatet. Okay, Third Down, wir haben blöde Wackelkamera. Was sind denn überhaupt hier die... Trouble Scene, Deeper Receivers, Reduced Seminar. Wow, da wollte ich auch eigentlich nicht hinwerfen. Ich weiß gerade nicht, was passiert ist. Ich habe nur gemerkt, ich kriege Druck und habe einfach irgendwo drauf gedrückt, aber... Aua. Aber das war auf jeden Fall ein dummer Wurf. So, ich kann den Wind immer nicht einschätzen. Sechs ist schon relativ viel, ne? Aber der Dürr, der wird ja jetzt nicht 70 Yards punten hier. Ne, okay. Stehst out of bounds, alright. So, zu 15, let's go. Das ist ein sehr guter Punt, das gefällt mir. Trips, wir versuchen mal an Cover 3. Also defensiv, ja. War halt das eine Play. Nice. Schade, dass es kein Fumble war, weil das ein Hitstick von mir war, den ich getroffen habe, bis abwechselnd mal. Und nicht irgendwie, wo ich ins Nichts gesprungen bin. Nice. Nice. Ey, Walker. Ich sag's euch. Walker spielt so eine gute Saison. Walker ist vielleicht Defensive MVP zur Zeit. Also, ich weiß nicht. Vermutlich müsste es Wollum sein, in-game, aber... Oh nein, warum kommt der so flach? Ich dachte, ich muss nur den kurzen In-Cut zumachen und dann ist der... Aber der Safety ist zu hoch, deswegen. Okay, ja. Deswegen stelle ich den normalerweise immer hier hin. Weil der halt nicht chillt wie ein echter Safety, sondern direkt immer am Backpaddeln ist. Und, ja. Aber habe ich nicht gemacht, kann ich mich nicht beschweren. Cutback ist da, Cutback ist da, Cutback ist da. So, ich bleibe jetzt in dem Drive... äh, in Drive. In dem Drive hier hauptsächlich in Cover 3. Da kam das Drr her. In dem Drive. Rechtsflat. Zack. 3 von 5 für 104 und ein Touchdown. Das ist eine pure Frechheit. So, Trips. Wir gehen mal wieder in... Ich bin dran vorbei, glaube ich. Ja, Temper 2. Nee, oh, Temper 2 wollte ich eigentlich gar nicht. Aber ist nicht schlimm. Wir spielen den Midread einfach selber. Shit, hätten wir mal nicht den Midread gespielt. Oh, fahre mir, fahre mir, fahre mir. Yes. Q. Ach, shit. Kurz Hoffnung gehabt, dass ich mich nach rechts lösen kann, aber... Naja. Alright, egal. Wir haben Turnover zurückgekriegt. Sehr gut. Probieren wir mal nochmal einen Read. Ja, jetzt bin ich nur interessiert, was Team kann adjustieren, weil beide ihre Fehler gemacht haben, wie du sagst. Ja, und wer, der das tun kann, kann den Firm-Kontroll in diesem Spiel sehen. Oh, shit. Kurz gehofft, dass ich durch bin, aber... ...da ist natürlich... ...Speed in der NFL-Defense zu viel. Also, ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert, aber es ist sehr merkwürdig. Ja. Das funktioniert so nicht, Jungs. Stehst du weit weg? Okay, erstes Viertel ist vorbei. Kein sonderlich gutes Viertel für uns, aber... Wenigstens wären wir nicht irgendwie outskeamed oder so, sondern es sind halt ein Pick, ein Fumble und die hatten One-Play-Touchdown, also... Allerdings hatten wir auch einen Big-Player und konnten nicht so viel draus machen, was nicht so geil ist. Er droppt, ne? Ja, machen wir einfach mal so. Kenny Walker. Diesen Zone-Fact-Jet würde ich eigentlich voll gerne spielen, also ich mache es auch, aber das Ding ist... Guck mal, der Typ, der bleibt da jetzt einfach halt stehen, ne? Niemand bewegt sich, wir müssen froh sein, wenn er rechts rauspusht. Aber Motion ist wirklich sehr, sehr, sehr verschwendet in den... Also bei Run-Plays halt... Sagen wir mal, Eye-Candy ist verschwendet, weil... Computer spielt halt nicht, als hätte er Augen, sondern... Spielt wie ein Computer. Oh, Facemask? Hoffentlich, könnte natürlich auch ein Hold sein immer bei einem Run. Es ist ein Hold, shit. Elton. Right Tackle, Bro, warum? Sind noch in Fiat-Call-Range. Fendt und Lockett, nein. Ah, shit. Blöder Campbell, zu schnell gewesen. Probieren wir mal einen Mesh-Spot. Ah, natürlich. Eskrich, I guess. Okay, dritter und Goal. Oh, schön in den Rücken geworfen, aber geiler Catch. Freeform Completion. Wart mal. Bist du denn nicht eigentlich ausgestellt? Ja, egal. Also ich hab auf jeden Fall das Gefühl, wir haben die ganze Zeit noch nie irgendwas von Freeform Completion oder irgend sowas gesehen. Aber das könnte auch sein, weil ich nie Low-Passe probiere und ich hab grad versucht, einen Low-Pass zu werfen mit L2. Egal, ich bin nicht mal der Meden-Veteran, der ich mal war, aber wir spielen die Franchise ja auch nicht, um besonders gut zu spielen. Ansonsten würde ich meine Money Plays auspacken. Man munkelt. Ich hatte eine Alliance-Franchise, die ich mit Bryce Young angefangen hab, in der ich in der ersten Saison den Superbowl gewonnen hab. Und Bryce Young ist MVP geworden. Also nur mal um kurz zu flexen, was ich wollte, würde können. Nein. Ich bin natürlich so realistisch wie möglich, das Ganze hier. Deswegen erklär ich auch immer, was wir machen. Checkdown. Ach, anderer Checkdown, shit. Und wieder ins Nix gesprungen. So, ich glaube... Aber eigentlich, die letzten Drives haben ganz gut funktioniert. Ich wollte grad sagen, ich glaube, wir gehen jetzt mal ein bisschen mehr Man-Heavy-Zeug rein. Aber eigentlich haben die uns noch nicht so wirklich gezeigt, dass sie Cover-3 schlagen können. Vor allen Dingen haben die uns nicht gezeigt bisher, dass sie laufen können. Da sind wir nämlich am Stüssel. Oh, Screenshit. Ich war ein bisschen zu langsam. Fuck. Ich hab gedacht, mein 1er D-Liner kommt da hin. Aber der hat's nicht geschafft. Egal, wir packen Saw aus. Wir pressen außen. Und dann gucken wir mal. Oh, shit. Ja, gerade so geschafft. Naja. Sah ein bisschen komisch aus, aber... Wenn die da durchrennen, natürlich können die das schaffen. So. Thirteen. Warum? Ist die Frage. Ich glaube... Oh, sehr gut. Der Shift hat uns geholfen mit E-Bunny-Way. Da war Walker grad ein bisschen slow, weil er eigentlich unaccounted vor war. Aber das macht nichts. Dritte, äh, 2, 3 und 6. Können wir mit leben, natürlich. Da wird ein Pass. Ich krieg schon wieder einen, der viel weiter weg steht. Ich muss gefühlt einfach wirklich nicht mehr... Oder ich sollte aufhören, den Spieler zu wechseln. Es ist nur dumm, wenn ich das mache. Habe ich einen Gap? Nee, ne? Oh, doch. Shit. Aber war nicht mein Gap. Aber es ist halt trotzdem first down, also geil. Ein sehr langsamer Drive hier. Äh, ich hab das Gefühl, wir sind kurz davor, die aufzuhalten. Aber die haben bestimmt das Gefühl, die sind kurz vorm Scorn. Ich spiel mal Contain, falls ein Boot ist. Aus der Formation eigentlich relativ wunderschön. Ah, nice. Good shit. Okay, Hintern-Sticks. Das ist gut. Ähm, Pack-Trips. Wisst ihr was? Wir spielen mal... Wir spielen mal Man-Gang-Trips. Ich würde der jetzt laufen? Die nicht. Oh! Oh mein Gott. Brox hat einfach komplett in die falsche Richtung geguckt. Also ich wurde auch genommen, deswegen habe ich... Oh, gesagt, weil ich dachte, er wirft auf mich. Also auf die Angle. Okay, wir spielen nicht mehr Man. Wir spielen nicht mehr Man. Der hat ja nicht mal genau auf den Break geworfen, oder doch? Nein, warum kriegt... Also ich glaube, er war eh zu weit weg, aber ich hätte sehr, sehr gerne Jamal Adams gekriegt. Mal gucken, ob man es jetzt hier sieht. Ja, nee, der war zu weit weg. Guter Wurf. Okay, was wir jetzt machen? Wir spielen Hardflat. Wir spreaden unsere Linebacker nicht. Und ich komme mit Diggs runter und ich spiele hier mit Diggs. Weil ansonsten steht der hinten am Ende der Endzone rum und das bringt mir gar nichts. Und so hat er einen Tackle verlassen. So, empty. Jetzt spreaden wir die Linebacker, wie wir sagen. Das ist ein Pass wird. Und Diggs kommt hier rein. Hoffentlich geht die Hookker auf beiden Seiten weit genug nach außen, weil ich habe erstmal nur Tonjan. Und der... Man, das macht echt irgendwo keinen Spaß, weil das Play hätte nicht offen sein dürfen gegen die Coverage. Guckt euch mal bitte an. Alleine links, was hier mit Tonjan passiert. Was, was ist denn seine Mission hier? Wen coverst du? Ich verstehe... Das ist ja nicht mal weit weg. Der steht fünf Jarts von dir weg, Digger. Und hier auch. Warum geht der einfach hinten zur Pylon? Guck mal, er spielt das viel geiler. Also, was heißt viel geiler? Er ist auch noch zu weit weg. Die Flat covert auch niemand. Ich verstehe, ich verstehe es wirklich nicht. Ich verstehe nicht, was sie von mir wollen. Ich verstehe nicht, was ich besser machen soll. Um bessere Coverage zu kriegen. Aber ich kann vermutlich einfach nichts besser machen. Weil ich glaube, auch Pros in Turnieren und so, die gewinnen halt nie, weil sie gute Coverage haben. Logisch. Sondern weil sie irgendwelche Micro-Blitzes haben. Aber, ich sag mal so, Experiment mehr Man spielen hat nicht funktioniert. Das, was wir nächstes Mal jetzt noch probieren könnten, wäre Experiment Zone Blitz. Nächstes Problem ist, wir haben noch zwei Minuten. Ja, wir kriegen den Ball nach der Halbzeit wieder. Aber Fiat-Go-Range mit diesem ziemlich deftigen Wind gegen uns und mit einem Rookie-Kicker ist vermutlich relativ weit weg. Aber wir haben Single Coverage auf Metcalf. Und Metcalf rennt wieder in den Cornerback rein. Und er ist deswegen nicht schnell genug, weil er halt nicht seinen Speed ausnutzt, sondern in den Cornerback reinrennt. Das ist ärgerlich, sowas. Wir sind in der Mitte. Ich gebe natürlich lieber Metcalf wieder die Go und blocket den Post. Okay, wir haben genug Zeit. Ich nehme erstmal noch keinen Timeout. Falls wir noch eine Completion haben, nehme ich danach einen Timeout. Es sei denn, die ist sehr weit. Aber das sieht nicht gut aus. Durch die Arme. Schade. Der Blitz war deutlich zu langsam. Ich könnte sogar befernt sein. Nee, ist Walker. Okay. Wir sind definitiv noch nicht in Field-Go-Range. Wenn wir den Wind in die andere Richtung hätten, dann könnte sein. Aber so definitiv noch nicht. Wir probieren mal den Inside-Pose. Den habe ich zwar, glaube ich, noch nie geworfen. Und das, obwohl in meiner Alliance Franchise Jameson-Williams den hat. Aber wir probieren es trotzdem mal. Zu Not kriegt einfach Metcalf wieder sein Ding. Er ist great shot. Okay, Timeout. Eine Minute von der 28. Von der 28 sollten wir eigentlich nah genug dran sein. Übrigens. Mir ist ewig nicht mehr das mit dem Arm aufgefallen. Ich glaube, das ist jetzt wieder normal. Sieht immer noch komisch aus. Aber es fühlt sich deutlich schneller an. Ich weiß ehrlich nicht, ob die Animationen die ganze Saison über schon sind. Und so war. Und ob mir das jetzt erst das erste Mal aufgefallen ist. Aber das ganze Spiel fühlt sich jetzt wieder normal an. Ich habe keine Ahnung, was am ersten Drive los war. Oder in den ersten paar Drives. Okay, das ist immer gefährlich, wenn man da keinen guten Running Back hat. Dann fängt da häufig der Cornerback den einfach. Oder der Linebacker durch den Receiver durch. Aber wir haben einen guten. Ich habe die Zeit im Blick. Keine Angst. So, zweites Timeout. Wir sind an der 12. Ein Touchdown jetzt wäre ziemlich. Nice. Dafür bräuchten wir aber Metcalf oder Fant. Und Fant kriegen wir nicht. Metcalf hätten wir vermutlich kriegen können. Shit, okay. Hurry up. Oh, warum ist er anblockt? Aber es ist trotzdem ein Touchdown. Let's go. Kenneth Walker ist ein Biest. Deswegen nämlich. So, sehr wichtig. Wir kriegen den Ball nach der Halbzeit. Wir könnten theoretisch ausgleichen. Ist natürlich ungeil, dass wir die ganze Zeit immer noch von hinten spielen. Aber trotzdem sehr wichtig. Trotzdem sehr, sehr wichtig. Es sei denn, die probieren jetzt mit 13 Sekunden hier noch irgendwelche Faxen zu machen. Aber ich würde mal beinahe vermuten nicht. Neun Sekunden, ich glaube auch nicht, dass sie knien, aber die werden vermutlich einfach einmal laufen. Blöder X-Factor. Blöder X-Factor. Ja. Alright. Wir sehen uns in der zweiten Hälfte. We've come to halftime here with the visiting Packers out on top. As we send you cross country to Orlando, Jonathan Coachman is there and has our EA Sports halftime report. Okay, Brandon, thanks very much. Welcome in, everyone, to our EA Sports halftime report. Let's get you caught up on what's going on around the NFL. We'll start up at Highmark Stadium, just outside of Buffalo, where it was the visiting Raiders, who were able to come away with a road victory. Derek Carr, sharp in the victory, as his guys get back within a game of .500. From there, we'll head to Cleveland to check on the Browns at home at First Energy Stadium. And they were victorious in that one over the visiting San Francisco 49ers. Deshaun Watson, four touchdown passes in the victory. And lastly, on Monday Night Football, this will be one to tune in for, as they've got a good one lined up between the Jacksonville Jaguars and the Carolina Panthers. And on now to a check on the next-gen stats in that first half for the Packers. And even though they've got the lead, they're likely going over ways they can improve the running game, as they didn't find a whole lot of success in those first two quarters. Meanwhile for the Seahawks, there's a look at what they were able to do, throwing the football, and they'll need to get things in gear, as they trail here at the break. So, ähm, ich glaube wir, wir lassen, wir lassen alles. Wir brauchen vermutlich noch den ein oder anderen Deep Catch. Ähm, und hier lasse ich das, weil wie gesagt Inside-Outside-Run hatte ich letzte Woche erklärt, warum ich das nicht mag. Obwohl das natürlich eigentlich das ist, was wir verteidigen wollen. Und ja, wir liegen mit sieben Punkten zurück, aber, wenn man überlegt, wo die 21 von denen hergekommen sind, hergekommen sind. Das war ein Scoop & Score, das ist halt wirklich sehr random. Ähm, ein One-Play-Touchdown, wo wir nicht tacklen konnten. Das ist sehr ärgerlich. Und ansonsten ein guter Drive, die hatten einen guten Drive. Mann, wenn der, wenn, wenn Fant diesen Block am Anfang eine Sekunde länger halten könnte, oder den ein Stückchen weiter nach innen drücken könnte, dann wären das immer Runs, die gleich automatisch 20 Yards länger sind oder so. Ich glaube übrigens nicht, dass der diesmal crasht. Doch, macht er, alright. Okay. Ah, wir haben Man of Metcalf, aber ich weiß nicht, ob ich die Zeit dafür habe. Oh. Glück gehabt. Der Corner war komplett Outside-Leverage. Das war ein bisschen blind geworfen. Weil ich einfach Angst hatte vor dem Druck, obwohl der Druck, glaube ich, nicht mal so schnell durchgekommen wäre. Da hatte ich gerade ein bisschen Phantom-Druck. Phantom-Druck ist auch gut. Ey, wenn ich schon einfach nur Kenny Clark sehe und dieses komische X oder den Stern da aufleuchtet, der kriegt schlechte Laune. So, wir gucken mal, was die Safeties machen. Posts sind dieses Jahr meiner Meinung nach Trash. Aber Inns nicht. Probieren wir mal nochmal ein Reed. Bisher haben wir die mit den Reeds ganz gut auseinandergenommen. Äh. Ziemlich voll, ne? Oh ja, einfach nicht blocken. Das ist gut. Abram Lukas ist, ähm, leider nicht ansatzweise so gut wie er nicht. Double-Team kam nicht weg. Passiert. Wir sind bei unter drei per Carry. Das ist fatal. Aber wenigstens hat er seinen Touchdown. Er schreit eigentlich nach einem Freddy-Swain-Touchdown, aber... Ach, nicht ganz Touchdown. Okay. Wir sind an der Zwei. Anthony Richards hat einen guten Tag. Der Pick ist natürlich ärgerlich gewesen. Ähm, da würde ich auch beinahe mal sagen, da kann ich nichts dafür. Der war halt einfach... Walker zweiter Touchdown. Jawohl. Okay, und damit, wenn der Extrapunkt drin ist, haben wir ausgeglichen. Und er hat einem Packer gerade den Ball an die Brust geworfen. Moment mal, stand da gerade Tackling Aggressive? Jetzt hätte ich beinahe den Extrapunkt verhauen, deswegen. Wieso haben die Tackling auf Aggressive mit sieben Punkten Vorsprung? Und vor allen Dingen, wenn die Tackling auf Aggressive haben, wieso habe ich da noch keine einzige Facemask kassiert? Das ist ja eine Freche, ey. So. Ich bin der Meinung, wir sind das bessere Team in dem Spiel bisher. Bisschen fluky Pech gehabt. Allerdings haben wir natürlich auch einen Fumble recovered, muss man fairerweise sagen. Aber wir haben den nicht zurückgetragen. Das heißt, alle unsere Touchdowns sind legit Touchdowns bei legit Drives. Wir probieren mal einen Robber. Hat der ja eigentlich Man-Coverage abgeschworen, aber... Wir probieren es mal trotzdem. Vielleicht können wir Aaron Rodgers ein bisschen verarschen. Ach, schade. Einfach klassische No-Look-Pass, aber nicht mal nur No-Look-Pass mit vorher bestätigt. Er wirft einfach irgendwo hin. Oh, auf der... Ah, das ist ein Tod, was wir gerade machen. Aber wir probieren es mal trotzdem. Oh, Jungs. Das kann echt nicht sein, wie wack ihr seid. Meine Cornerbacks sind Trash. Clark Phillips... Ah, das ist ein Rookie. Ist okay. So, die sind empty. Das wird kritisch. Ich muss assholen rüber. Es kann nicht sein... Nice. Wollen ist ein Cheatcode. Wollen hilft mir so viel aus. Es kann nicht sein, dass er so viel Zeit hat aus empty. Das kann einfach nicht sein. Guck mal, wir bringen fünf Leute. Der hat fünf Leute in Protection. Und einfach jeder hält hier ganz gechillt seine 101 Protection. Wisst ihr, wie kacke wir wären als Defense, wenn du für jeden Spieler, der den Quarterback rushen soll, einen 101 created hast? Das ist so ein Traum-Szenario. Und dann kommt keiner durch? Ah, shit. Ich komm... Ah! Das Timing ist blöd. Ich müsste eigentlich an seinem Hintern vorbei. Aber die Lücke geht immer erst auf, wenn ich schon an ihm dran bin. Wisst ihr? Das ist fatal. Den müssen wir. Den müssen wir geben. Zwei Allliner frei ins dritte Level. und am zweiten Level vorbei. Uh. Nice. Das sah von Anfang an nach gut aus. 19 von 24, wenn der Picknick wäre, sehr starke Performance von Anthony Richardson. Wenn der Corner reingeht, habe ich Madcalf. Aber das ist, denke ich eigentlich... Oh, doch. Madcalf. Sie? Stefan? Nee, schade. Okay, ich glaube, wir haben den Wind in der Halbzeit jetzt, ne? Das heißt, wir sind vermutlich schon im Fico-Range. Heißt, jetzt nichts Dummes machen, jetzt nichts versauen. Der Nickel nervt mich. Cutback. Oh, nein, Mann! Das ist so frustrierend. Man sieht immer die Gap und dann umarmt einen irgendwie von hinten noch einer. Das ist schwer, ey. Nice. Guter Block. Guter Block. Und diesmal hat es Timing-mäßig sogar hingehauen. So, 20. Probieren wir nochmal eine Option. Oh, wow. Move hat nicht funktioniert, aber es waren halt auch drei Leute. Es wäre beinahe ein bisschen frech gewesen, wenn da ein Move funktioniert hätte. Probieren wir mal ein Jet-Touch-Pass. Das ist normalerweise ein Play, was nie funktioniert. Also, bei mir zumindest nicht. Bei anderen funktioniert es sehr gut, aber vielleicht habe ich ja einfach mal ein bisschen dummes Glück. Ne. Genau sowas passiert nämlich immer. Einer von Inside kommt, ist, obwohl er stehend anfängt und meiner aus Motion kommt, auf einmal schneller. Und macht dann wieder diesen Schulter-Weg-Tackler. Das passiert so oft. Deswegen spiele ich sowas normalerweise nicht, aber ich es eigentlich ganz geil finde. In echt. Komm. Wollt nur näher ran. Alles gut. Ich hätte eigentlich gedacht, der landet irgendwann jetzt zwei oder so, dass man überlegen kann, zweimal zu sneaken. Hat er aber nicht. So, Zone müssen wir rechts gucken. Man-Seite wäre links. Es könnte sein, dass wir Fend haben. Aber das traue ich mich nicht zu werfen. Weil Stick, ihr wisst, die machen komische Sachen. Und dann werfe ich den wieder am Kopf vorbei und der hat sich noch nicht umgedreht und was weiß ich. Richard zum Rush-Touchdown. Let's go. Erste Führung im Spiel. Und wie gesagt, ich bin der Meinung, wir spielen deutlich besser als die heute. Aber mal gucken. Ich würde schon gerne... Warum zeigt der eine zwei? Wir haben eine One-Point-Conversion. Aber was auch noch. Ich wäre schon gerne zwei Possessions vor gegen Aaron Rodgers. Denn wenn wir mit... Oh. Zwei, drei Minuten. Schon wieder Crossball. Mit zwei, drei Minuten im Spiel. One-Possession führen. Das... Mann. Würde mich ein bisschen nerven. Seht ihr diese Slants hier in der D-Line? Das passiert immer gegen so eine Dings-Formation, wo drei Titans auf einer Seite sind. Weil die sich einfach komisch aufstellen, sage ich mal. Quarter vorbei. Zwei, drei, acht. Ich bleibe jetzt in meiner stinknormalen Zone-Coverage. Und gucken mal, ob die dagegen jetzt was haben. Nicht Rushing, bro. Rushing. Unsere Rushing-Defense ist zu gut, bin ich ehrlich. Takeaways. War Tariq wohnen im Hintergrund wie ein Gangster. Ja, eigentlich müssen wir dem eine einstellige Nummer geben. Aber irgendwie will ich auch, dass er seine Nummer hat, die er in echt hat. Deswegen ist es so, ne? Ich wusste es. Die spielen das so gerne. Diese Curls. Die spielen das so gerne. Also, wenn ich die sage, dann bin ich... Der Computer spielt das so gerne. Aber das war vielleicht auch ein bisschen zu weit, um Hardflats zu spielen. Das war eventuell dumm. Run? Oh, no. Shit. Oh, was war denn da denn? Was war denn da denn? Doppelt. Also, bei dem Adams-Tackle habe ich auch wirklich versucht, ihm die Beine wegzuhauen, aber... Offensichtlich wieder falsch gezielt. Klassiker. Trips in die Bound. Das ist ja eklig. Crosser? Oh, shit. Das war aber cool gemacht, weil er das quasi so richtig mit Momentum gefangen hat und ich damit nicht gerechnet habe. Ich habe gedacht, der kommt zurück, bleibt stehen und fängt den. Okay, jetzt zeigen sie uns gerade, dass sie sich was überlegt haben gegen unsere Zonenverteidigung, was ungeil ist. Das gefühlt einfach ein Draw-Play-Action, das nervt mich. Ich bleibe jetzt aber an Cover 3, weil das ist sowieso meine Base-Defense und erst recht meine Red-Zone-Defense, deswegen, gell. Warum hat er den im Springen geworfen? Die ziehen mich gerade extrem... Oder nicht ziehen, aber die kriegen mich extrem ran mit Play-Action, muss ich sagen. Da spiele ich gerade extrem schlecht. Rechtsflat, ja. Okay, ein Dritter und 6. Ähm... Ah, Trips. Äh, nicht Trips. Drei, drei Tyrants. 13. Ich will eigentlich... Wo ist er denn? Den hier spielen. Nein! Oh, fuck off, Alter. Mann, ich kann nicht zielen. Ich war genau da, wo ich sein sollte. Ich hätte das Tackle gesetzt. Shit, ey. Goal-Line von der 3. Gucken, die spielen halt extrem gerne Play-Action von der Goal-Line, deswegen contain ich mal. Laufen gefühlt auch ansonsten irgendwie Dives, ja. Gutes Tackle Brooks. Äh, es ist nochmal Goal-Line, wir spielen nochmal das exakt gleiche. Diesmal streich Rettigan. Aber der ist schnell, glaube ich. Falls jetzt ein Toss ist oder so. Das ist kein Toss, das ist nochmal ein Dive. Er hat den Hinterkopf von Tariq Warren gestiff-armed. Das war irgendwie zu einfach. Wenn du einen Fullback-Dive durchs D-Gap oder so untouched kriegst, da ist auf jeden Fall irgendwas schiefgelaufen. So, und das ist halt genau das, was ich nicht wollte. Jetzt sind wir wieder unter Zugzwang. Und Zugzwang, was auch immer. Mit noch 5,5 Minuten. Schnelle zweite Hälfte, wa? Hey, gute Entscheidung, den zu returnen. Zwei X-3 hast du gemacht. Obwohl wir relativ tief in der Endzone waren. So. Den Play-Action-Reach spiele ich nicht, weil der Cross ist zu tief. Wir probieren mal nochmal einen Endzone. Oh, wir probieren definitiv keinen Inside-Zone. That's the bad news, the good news. Plenty of time in this 4th quarter, to try to grab that lead back. Nice. 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 There we go. Das hat ein bisschen Zeitgründe, was ich gerade mache. Oh, shit, inkomplett, schade. Aber gutes Play. Also von der Defense. Gucken, ob wir die innen nochmal kriegen. Oder ob die Metcalf alleine lassen. Lassen Metcalf so halb... Ja, shit, Alter. Elton Jenkins. Überlegt, ob wir Fake-Punten oder so. Ich kann... Ich bin so zu zielen, so schlecht. So kurz nur? Ey, das kann nicht sein, dass wir 30 Yards oder sowas punten. So einen hohen Punt haben. Und der den trotzdem fängt und laufen kann, bevor jemand da ist. Das ist wack. Einfach ein schlechterer Punt, als wir vorhin hatten von unserer 40 oder so. Als er von der 30 gepuntet hat, gefühlt. Das war nämlich genau das, warum ich aus Zeitgründen eigentlich schnell gehen wollte. Ich wusste, ich kriege die Uhr nicht ganz runter. Beziehungsweise, oh shit. Wir kriegen keinen beständigen Drive-In, wusste ich. Und jetzt sind die halt zeitmäßig Jackpot-Position. Vier Minuten, Tie-Game. Ist ideal. Ich weiß nicht, was man mal wollen könnte. Wir probieren mal ein bisschen heavy jetzt ranzugehen, damit die entweder schnell scoren oder wir einen Turnover kriegen. Oh, never. Warum haben wir die Spieler gewechselt? Das war... Mann! Jetzt auf einmal können die laufen, ne? Gegen einen Man-Blitz. Ich hasse es so sehr. Es ist so irrelevant, was man callt. Was? Oh! Der steht gefühlt im Ball. Es ist ein Rookie, ich weiß. Aber er steht im Ball. Oh, Doc. Vielleicht war es ein bisschen vor, Ehrlich Klack, Philipps hochzuziehen. Ich weiß nicht, was das ist, ob das... Ne, Play Recognition gerade eigentlich nichts damit zu tun hat, aber es muss Awareness sein, ne? Dass er nicht checkt, dass er angeworfen wird, sondern halt irgendwann in die falsche Richtung guckt und nicht den Ball spielt. Man. Alright, das wird... Das wird schwer. Aber wir haben ja Throw-Deep drin. Und das sieht aus wie Fear oder Pressure. Komm mal, komm mal. Yes! Gutes Spiel von Metcalf. Der muss so ein Ding aber auch gewinnen und der Typ hatte gerade ein rosa Gesicht. Crazy. Oder Pink. Oder Pink. Okay, jetzt müssen wir auch die Zeit im Auge behalten, in dem Sinne, dass wir keine Zeit mehr für die auf der Uhr lassen können eigentlich. Okay, sehr gut. Und die nehmen keinen Timeout. Eigentlich müssen die jetzt einen Timeout nehmen, wenn ich ehrlich bin. Weil die könnten uns jetzt die ganze Zeit noch aufhalten. Und ich habe gerade so gezuckt, weil ich dachte, shit, wenn er jetzt in die Endzone geht, verlieren wir mit einem Field Goal. Ich will jetzt eigentlich... Wir haben drei Timeouts noch. Der Sneak wird höchstwahrscheinlich beim ersten Mal drin sein. Ich will den Ball eigentlich erst snappen, wenn wir unter 10 Sekunden sind. Und wir gehen weg von Kenny Clark. Und dann müssen wir uns überlegen, ob wir eine Two-Point-Conversion probieren oder nicht. Aber wir sind eigentlich das bessere Team gewesen. Also eigentlich würde ich sagen, nein. Und dann müssen wir auf Overtime hoffen. Und dass wir den Ball kriegen. Ja, okay. Acht Sekunden sollten nicht zu viel sein. Jetzt haben wir halt die Entscheidung, gehen wir für zwei oder nicht. Ja, nee, nee. Sorry, traue ich mich nicht. Traue ich mich nicht. Traue ich mich nicht. Alright. Wir haben den Wind gegen uns. Die haben drei Timeouts. Die könnten halt theoretisch einen weiten Pass und einen Field Goal probieren. Sechser Wind ist auf jeden Fall machbar. Deswegen squirpe ich den jetzt hier auch nicht, weil den müssen wir eigentlich weit nach hinten kriegen. Und wenn ich den squirpe, haben die den vielleicht an der 40 oder so. Dann reicht ein 20 Yard-Buy. Hitzig, 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 hitzig. Ach, scheiße. Jetzt ein Fumble in 4-Goal-Range wäre so geil gewesen. Das ist jetzt nicht gut für die Statistik, aber ist mir egal. Ist auch geil, dass die so weit innen stehen alle, ne? Alright. Gucken, ob wir einen Coin-Toss kriegen. Spannende Spiel. Ah, die haben. Eigentlich gewinnen die dann immer. Oh, wir haben gewonnen. Äh, wir haben gewonnen. Natürlich. Alright. Wollte ich gerade sagen. Ich hab gerade gedacht, er erklärt die Play-Off-Ringeln, als wäre es jetzt schon aktiv. Alright, sieben Minuten. Field Goal bringt uns nicht so viel. Shit, genau. Wieder genau. Ich entscheide mich für links in der Block. Aber ich darf mich, glaube ich, einfach nicht entscheiden, bevor ich sehe, in welche Richtung der Typ geblockt wird. Oh, jetzt war der Arm wieder komisch. Oh nein, nicht, dass es jetzt wieder anfängt. 2. und 1 ist eigentlich eine Shot-Distanz, auch für uns, aber wir probieren mal einfach jetzt hier, die vielleicht auf dem falschen Fuß zu erwischen, ein bisschen. Ja, nicht wirklich, aber, äh. 19 für 75 ist gar nicht mal so schlecht. Wir sind jetzt nur ein Yard hinter einem guten Average. Also, was heißt einem guten Average hinter? Einen Vierer-Average. Aha, aha, aha. Jetzt sind wir über einem Vierer-Average. Ey, wenn wir jetzt auf einmal anfangen können zu laufen, ähm, dann werden jetzt auch nochmal ein bisschen Options ausgepackt. Okay, die blitzen. Okay, der ist angeblich mein Reach-Spieler. Ich nehme an, der Blitz und Crash, dann müsste ich eigentlich keepen, was ziemlich dumm ist, weil der mich dann umrennt. Aber wir probieren es einfach mal. Ah, never mind, er hat es nicht gecheckt. Okay. Extra früh geslidet, damit die mir jetzt nicht wieder mit irgendeinem Fumble kommen können. Okay, wir banschen die raus. Aha, aha, aha. Wir sind in viert-goal-Range, aber das macht mich noch nicht so happy. Nice first, nice. Der Drive läuft gut, aber das ist jetzt auch nicht komplett ohne Spannung logischerweise. Den müssen wir ergeben. Alles andere ergeben. Quatsch. Nein, ich würde links von ihm, egal. Okay, 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 okay. Okay, die choken gerade ein bisschen in ihrer Run-Defense. Jetzt müssen wir halt auch fassen, dass wir keine Turnover haben. Theoretisch könnte man jetzt eine richtige Ratte sein und immer mit Shoe-Clock spielen und weil der Computer das nicht checken würde, könnten wir dann ein Field-Count nehmen mit nur noch ganz wenig Zeit auf der Uhr und dann wäre Overtime vorbei. Aber das machen wir natürlich nicht. Ich habe ja vorhin... Ach, shit, falsche Gap. Ich habe ja vorhin schon gesagt, wir versuchen so realistisch wie möglich zu spielen. Und die Zeit läuft ja sowieso runter. Die haben eh nicht so extrem viel Zeit danach. Shit. Das muss nicht passen. Alles andere wäre jetzt zu soft. Aber man, ich denke Lockett wird offen sein, aber das ist ein... Da werfe ich Picks. Komm mal, komm mal, komm mal, komm mal. Wenn er es nicht hat, sneke ich. Ich sneke, ist mir egal. Ich sneke, ich sneke, ich sneke, ich sneke. Zur Not müssen die von ihrer 6 drive, ist mir egal. Wir haben den Wind, ich sneke. 2-Minute Warning, okay. Guck mal, ich bin nicht mal eine Ratte mit der Zeit und es wird trotzdem schon... Alleine, wenn wir den Sneakers hier hinkriegen und die geben mir halt wieder freies A-Gap. Ja. Alright. Wir müssen eigentlich 2 Double Teams haben. Ja, aber der eine kam nicht rechtzeitig hoch. Sind wir an der 3? Ah, der Look ist shit. Egal. Dann machen wir halt einen ganz normalen... Machen wir einen ganz normalen Hand-Off draus. Kenneth! Yes! Oh, mein eigener O-Lainer stand im Weg. Jesus. Also verdienter Sieg, aber wir mussten schon sehr, sehr viel Pech und Fehler und sowas überkommen. Anthony Richardson, Anthony, mit einem extrem guten Spiel, würde ich sagen. 113er... Ja, and Rodgers, 4 Incompletions und ein Pick. Der Pick ist ärgerlich bei Anthony Richardson, aber ein über 80er Completion Percentage ist crazy. 400 Yards und dann dazu halt noch 2 Rushing-Touchdowns. Ey, wir haben 5 Rushing-Touchdowns heute. Crazy. Aaron Jones bei 5 gehalten. Das hat sich über weite Phasen des Spiels besser angefühlt. Aber ihr müsst auch daran denken, dass wir vor Ende... oder vor der Halbzeit und vor Ende des Spiels 2 relativ lange Läufe zugelassen haben. Broken Tackles sind mal wieder bodenlos, aber sind wir dran gewöhnt. Receiving. 120 Yards für Dwayne Eskridge. Ich hätte... Ah, okay. Matt Keff hat 145. Okay, ne, Moment. Ey. 145 Yards und nur 7 Yards Run-After-Catch. Das ist crazy. Das ist crazy. Guck mal, Noah Fendt hat 41 Yards und hat 7 Yards After-Catch. Romeo Dubs hat einen für 75. Das war natürlich der Digge da. Whatever. Defensively gucken wir mal wieder nur uns an. Meisten Tackles Jamal Adams, Quanray, Diggs. Unsere Safeties. Die meisten Total Tackles allerdings Jordan Brooks. Alright. Tackles for loss haben wir auch einige vor Diggs, Brooks. Sacks hatten wir keinen heute. Das ist schwer. Interception. Shariq Won mal wieder. Man kennt ihn. Alright. Guter Tag, denn die... Also zwei aus unserer Division haben gegeneinander gespielt. Deswegen, da kann ja logischerweise nur einer verlieren. Aber Cardinals haben verloren und die 49ers haben auch verloren. Und die 49ers waren das Team, was, glaube ich, direkt hinter uns war. Heiß Rams sind logischerweise... Haben mitgehalten mit uns, aber die anderen beiden Teams sind ein bisschen runter. Also guter Tag in unserer Division. Nächste Woche, Woche 11. Ich weiß nicht, gegen wen wir spielen. Wir haben unsere Buy Week schon weg. Heißt, wir haben noch acht Spiele, wenn mich nicht alles täuscht. Aber wir sind auf einem guten Playoff-Kurs und junge Spieler machen weiterhin Plays. Anthony Richardson spielt eine gute Saison und das ist wichtig für uns. Hoffentlich sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich freuen, falls ihr ein Like da lasst. Wenn ihr neu seid, nichts mehr verpassen wollt in Zukunft, dann abonniert einfach. Und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.